Hallo, ich bin Kai John Schwiegier für das Beat Magazin und in diesem zweiten Video zum Thema eigene Samples von der Aufnahme bis zum fertigen Song geht es um die Vorbereitung und Praxis der eigentlichen Aufnahme. Viel Spaß! In dieser Serie geht es ja darum, dass ich einen Song auf eigenen Samples aufbaue und daraus kann ich schließen, dass ich Samples für unterschiedliche Song-Elemente brauche. Also Song-Elemente meine ich zum Beispiel für die Rhythmusgruppe, brauche ich eine Bassdrum, Snaredrum, High Percussion und so weiter, dann brauche ich ein Liedinstrument, ein führendes Element. Ich brauche einen Bass, ich brauche etwas mehrstimmiges, irgendwelche Effekt-Sounds, Atmos, solche Geschichten. Sowas will ich alles mit Samples realisieren. Naja und dementsprechend muss ich mir im Vorfeld natürlich ein paar Fragen stellen und die auch beantworten. Und zwar erstens, wo kann ich eigentlich samplen? Also wo bekomme ich diese Samples her? Zweitens, welche Rolle spielen diese Samples in meinem Song? Drittens, und was muss ich für die Aufnahme beachten? Und viertens, welche Sample-Edit-Techniken gibt es? Also was kann ich an Nachbearbeitung eigentlich aufschöpfen? Ja und fünftens, wie kann ich aus diesen ganzen editierten Samples letztendlich einen Song kreieren? Ja und die Fragen 1 bis 3, die werde ich in diesem Video versuchen zu beantworten und die Fragen 4 bis 5, die werde ich in den nächsten beiden Videos beantworten. Ja die leichteste Beute, wenn man mit so einem Recorder unterwegs ist, sind natürlich atonale Sounds, also quasi Geräusche, Atmosphären, Stadtrauschen, sowas zum Beispiel. Das kann man halt super als Hintergrundkulisse für einen Song verwenden oder auch generell als so Effekt-Sounds, so Riser-Geschichten. Ja und das findet man meiner Meinung nach echt an jeder Ecke. Also Stadtrauschen, ich muss nur das Fenster aufmachen, Recorder raushalten und bumm, habe ich ein Stadtrauschen. Ja und was auch immer super schnell umsetzbar ist, ist das Finden von Rhythmuselementen. Also zum Beispiel Bassdrum, High-Snair, sowas für ein Schlagzeug. Ich brauche dafür eigentlich nur kurze transientenreiche Geräusche, sowas zum Beispiel, unterschiedliche Oberflächen, Materialien und dann kann ich mir hier ziemlich schnell so ein Schlagzeug zusammenbauen. Und ansonsten gibt es auch immer rhythmische Loops, die man, sag ich mal, im freien Feld finden kann. Maschinengeräusche eignen sich hervorragend dafür. Zum Beispiel mein Geschirrspüler, der hat eigentlich einen ziemlich coolen Groove parat. Ja, Rhythmuselemente kann ich super schnell finden. Schwierig wird es, wenn ich zum Beispiel ein Bassinstrument, oder auch ein Liedinstrument für meinen Song brauche oder auch Akkorde, da brauche ich natürlich tonales Material. Das heißt irgendwas, wo ich eine Grundfrequenz heraushöre, zum Beispiel ein C meinetwegen. Und da muss man sich zum Beispiel auch Versuche nach Resonanzkörpern machen. Beispielsweise Metall eignet sich eigentlich immer super gut, ein Treppengelände zum Beispiel irgendwie draußen. Und ja, da muss ich eigentlich nur draufschlagen. Und dann habe ich ja schon eine Art tonales Material, was ich mit bestimmten Sample-Techniken auch wirklich zu einem Liedinstrument oder einem anderen Instrument basteln kann. Ja, mein persönlicher Tipp, um beim Sampling so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Samples sich für welche Song-Elemente eignen, einfach mal mit einem Kopfhörer und einem Field Recorder bewaffnet durch die Stadt laufen und dann alle Geräusche, oder durchs Land, und alle Geräusche einfach mal aufnehmen und versuchen im Kopf schon so in Song-Elemente umzuwandeln. Also irgendwann kommt man rein und dann merkt man sich auch einfach, hey, da hinten habe ich eine Bassdrum gefunden oder wow, da ist ein Bassinstrument, total cool, da muss ich hin. Da kommt man irgendwann rein. Und übrigens, ich finde es total wichtig, wenn man sich im Vorfeld schon klar macht, welches Gewicht die eigenen Samples im Song eigentlich haben sollen. Weil wenn man sich darüber schon im Klaren ist, dann kann man den Aufwand in puncto Aufnahme und Nachbearbeitung schon so ein bisschen abschätzen. Ja, und ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, wo die Samples das zentrale Element im Song sind. Ich bin nämlich jetzt hier auf dem YouTube-Kanal vom Künstler Gorski, oder Daniel Gorski, und wenn wir mal in so ein Video reinschauen, dann wird man sofort erkennen, was auf der künstlerischen Ebene so los ist. Ja, und offensichtlich stehen hier die aufgenommenen Samples und der Prozess des Samplings im Vordergrund. Man sieht und hört einfach, wie alles miteinander zusammenhängt und eine musikalische Komposition ergibt. Und die Samples sind unbearbeitet und die Zuschauer können einfach die kreative Leistung sofort sehen und hören und komplett erfassen. Ja, diese Variante kann natürlich extrem ausufern, denn erstmal müssen die Samples im Originalzustand ja schon zum Song passen. Und man hat ja auch noch das Musikvideo und das ist ja wieder eine ganz andere Baustelle. Aber wenn man sich die Mühe gemacht hat, dann hat man natürlich ein cooles, stimmiges Werk, wo das Sampling quasi als Kunstform im Zentrum von dem Song steht. Und das ist meiner Meinung nach super inspirierend und mega cool. Aber es ist halt eine sehr aufwendige Variante. Ja, ein anderer Ansatz, das ist eher so meine Baustelle, ist der, wenn das Sounddesign im Vordergrund steht. Also wenn ich quasi völlig frei einfach alles sample, was mir so in den Recorder reinkommt, ja, dann nutze ich irgendwelche Sounddesign-Techniken, bastel daraus irgendwelche abgefahrenen Sachen und das sind dann meine Song-Elemente. Beispielsweise kann ich ja auch aus einer Tür, die ich jetzt so zuschlage, daraus kann ich aus dem Geräusch kann ich eine Bass-Drum basteln. Zum Beispiel Also ich finde diese Variante ein bisschen intimer, weil man eigentlich gar keinen Bezug mehr dazu hat, zu dem Original-Sample. Also ich habe einfach mit vielen Sounddesign-Tricks, sage ich mal, daraus irgendwie eine Bass-Drum gezaubert oder was auch immer. Und ich erfreue mich einfach am Sounddesign und dem Sampling. Und wie gesagt, mir ist das Schnuppe, ob die anderen das überhaupt irgendwie verstehen, was ich da gemacht habe. Ja, was will ich euch mit diesen genannten Varianten eigentlich sagen? Je nachdem, welche Rolle das Sample im Song spielt, variiert auch einfach der Schauplatz bzw. die Aufnahmetechnik bzw. die Skills in puncto Sounddesign. Das heißt, man muss sich im Vorfeld echt ein paar Gedanken machen, damit man keine bösen Überraschungen erlebt in der Praxis. Ja, und da fiel auch gerade das Stichwort Aufnahmetechnik. Man muss natürlich auch wissen, was man jetzt für eine optimale Aufnahme eigentlich mit so einem Recorder beachten muss. Was muss ich denn da einstellen? Ja, zunächst einmal geht es um das Aufnahmeformat. Das muss ich hier natürlich auch einstellen. Und da kann man auf jeden Fall mit den Formaten 16-Bit bzw. 24-Bit bei 44,1 kHz nichts falsch machen. 16-Bit absolut ausreichend. 24-Bit ist einfach gängiger Standard, sage ich mal, im Studio-Bereich. Und ich belasse es auch dabei. Also wenn man hier mit aufnimmt, hat man auch einfach eine super Qualität. Dann geht es weiter mit der Aussteuerung. Das heißt, ich muss hier mit diesem Level-Regler eine Lautstärke finden, wo das eintreffende Signal nicht zur Übersteuerung führt. Also das heißt, es darf hier alles nicht im roten Bereich sein. Ich darf nicht zu laut auspegeln. Ich darf aber auch nicht zu leise auspegeln. Denn die Vorverstärker, die haben ja auch einen Eigenrauschen. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel super leise hier aufzeichne, dann ist der Abstand von dem eintreffenden Signal bis zum internen Rauschen, der ist natürlich dann wesentlich geringer, als wenn ich jetzt hier ziemlich weit aufdrehen würde. Das heißt, man muss irgendwie so einen mittleren Bereich finden, wo es auf jeden Fall nicht übersteuert, aber auch nicht zu leise ist. Dann ist es eigentlich ideal. Ansonsten, wenn man jetzt generell Angst vor Übersteuerung hat, man kann auch einfach einen Limiter verwenden. Denn dieses Modell und eigentlich alle Zoom-Rekorder, die haben einen Limiter dabei. Das heißt, ich suche mir hier in den Einstellungen einen Limiter und sage, auf welcher Spur ich den Limiter haben will. Ich will den Limiter jetzt zum Beispiel auf allen Spuren drin haben. Dann gibt es hier noch unterschiedliche Presets. So, und wenn ich dann jetzt hier einen Limiter drin habe, dann habe ich einfach einen Übersteuerungsschutz. Das heißt, egal was ich hier mache, das Ganze, guck, man sieht es schon, es kann nicht übersteuern. Und was man auf jeden Fall einplanen sollte, wenn man mit einem Field Recorder arbeitet, einen Pop-Schutz und einen Windschutz. Damit, wenn jetzt zum Beispiel es draußen ein bisschen windig ist und der Wind direkt in die Kapsel geht und die Aufnahme versaut, dass man eben einen Windschutz draufsetzt. Und dann kann man eben ganz bequem im Freien aufnehmen, ohne dass der Wind einem die Aufnahme versaut. Also einen Windschutz oder einen Pop-Schutz bei Plosivlauten auf jeden Fall immer mit einplanen. Ja, und damit einen die Außengeräusche auch bei der Aufnahme nicht, ja, sage ich mal, ablenken, würde ich auch immer einen geschlossenen Kopfhörer nehmen. Das heißt, man setzt den geschlossenen Kopfhörer auf, dann ist man von den Außengeräuschen erstmal abgeschirmt und kann sich komplett auf das konzentrieren, was der Recorder aufnimmt. Und dann wird man auch feststellen, dass natürlich auch Körperschall übertragen wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier diesen Recorder einfach nur so ein bisschen streichel, sage ich mal, dann wird natürlich auch das vom Gehäuse an die Kapseln übertragen. Und man muss so, sage ich mal, ein Gefühl dafür entwickeln, wie ruhig man die Hand halten muss, damit kein Körperschall auf die Aufnahme übertragen wird. Also das ist einfach eine Übungssache. Ja, und wenn man, sage ich mal, eine zittrige Hand hat oder was auch immer, dann kann man auch einfach ein Stativ nutzen, damit der Recorder schön auf dem Stativ platziert ist und ganz in Ruhe aufzeichnet, ohne dass jetzt irgendwelche Gehäusevibrationen in die Aufnahme mit reinkommen. Ja, und auch noch eine Banalität, aber das vergisst man auch manchmal, man muss auch ein bisschen auf die Kleidung achten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lederjacke an habe, die total von sich aus immer so ein Quietschen ist, wenn ich mich bewege, dann ist das natürlich super ungünstig, wenn ich mit dem Recorder irgendwelche coolen Aufnahmen machen will. Und die ganze Zeit dieses Quietschen von meiner Lederjacke drauf ist oder irgendwelche komischen Schuhe, die quietschen oder Highheels oder was auch immer. Also die Kleidung sollte akustisch unauffällig sein. Ja, und zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung. Ich mache es mittlerweile immer so, wenn ich den Recorder starte, mache ich am Anfang eine Ansage, was ich jetzt gerade eigentlich aufzeichne. Das erleichtert mir einfach hinterher bei der Archivierung, dass ich richtige Dateinamen finde, sage ich mal. Wenn ich sofort den Ort und vielleicht auch das Datum und wenn ich alles irgendwie einfach mal reingesprochen habe, höre ich mir die Aufnahmen an und kann sofort einen Dateinamen mir dafür überlegen. So, das war es auch schon wieder mit diesem Video und ich möchte auf jeden Fall, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, denn da geht es um das Thema Sounddesign bzw. die ganzen Sample-Editier-Möglichkeiten. Also wie ich zum Beispiel aus so einem Geräusch eine coole Bassdrum basteln kann und so weiter und so fort. Also, wir sehen uns hoffentlich wieder. Tschüss! Das war es auch schon wieder. Tschüss!